Komm rein Ich weiß nicht, ob ich links was gehört hätte Irgendwas am Endgame labern Komm hoch Wir hätten hier eine Weste gedroppt Ich? Welche Stockware seid ihr? Es gibt nur einen Weg Achso, A1, okay Wieder was gelernt Mensch Okay, da war er rechts Ich bin da vor mir Alter, er hat mich jetzt doch nicht erschreckt Ich dachte so, wo, fuck, wo, wo, wo Hier links neben mir ist einer Oh Gott Guard, guard, guard Fuck, fuck Da ist noch einer, fuck Geh weg Ist noch was? Also ich weiß nicht, ob ich einen oder zwei Guards gekillt hab Einer hat überlebt, der ist nach links oder rechts weg Höher rechts noch steps Da Da siehst du ihn Er bewegt sich Hinter uns Hinter uns stept was Wo wir herkamen Okay Du machst dich grad fit, oder? Ich aim das grad nur ab Achso, okay Scaf Okay Ich ball den Gart im Auge Die Wood Steps, ne? Ja, die Wood Steps Ja, die Wood Steps Ja, ja Oder ist da noch ein Spieler? Die Wood Steps Die ist an der Leiche hängen geblieben Der bewegt sich keinen Meter Ich würde ja rausgehen, aber ich glaube rechts ist noch einer Okay, hier schießt noch irgendwer Ja Ich glaube da kommt noch was Ich glaube da kommt noch was Ich hab's rügeladen Es gibt auf jeden Fall noch unser Holz Ja, immer noch Da ist ja noch ein Scaf Eben kam ein Scaf hoch Könnte auch eben gucken Oh je, je, je Wieso schrickst du denn da? Weil ich da tatsächlich nicht erwartet habe Ich wusste nicht, wie der Raum aussieht, wenn ich jetzt nach rechts gucke Erklärt's das vielleicht? Nö Fuck you Fuck you einfach, Tobi Hörst du den? Nein Hör nicht Jetzt, jetzt, jetzt hör ich ihn Also ich hab die Tür, wo wir herkamen Oh, ja Wirf ne Nade Äh Hab ihn Ist noch einer, ist noch ein zweiter Glaube ich Oder deine Schüsse waren das? Ich hab geschossen Das war übrigens ein Spieler, glaube Ja, das war ein Spieler Mein Helm hat mir das Leben gerettet Tür? Scafs treten Türen ein Ja Spieler nicht Spieler nicht, der war gut Nee, Spieler treten kaum ein Ah Kam er gerade Ach komm Wie viel er kommt? Jetzt läuft er gerade, der ist da unten Da unten Er ist da tot Oh, ich bin tot Ist er schon da? Geradeaus Banate Vor mir links Holz Da Warte doch Was stimmt, liegt der da? Ja, aber ein Könnte sein, das Zweiten Ja stimmt, also Wenn's derselbe ist Der hat eine M4 Keine SR To the scale Oh, hast du die Framedrops mitbekommen gerade? Ja Ich glaube, dass es Beim nächsten Vibe Besser ist Naja, wir auch Ja doch, das ist der Das ist der Du hast gesteppt War's ein Spieler? Scav Okay Ich hab hier glaube ich irgendwo im Magazin gedroppt Nee, bei den Typen an der Leiche hast du gedroppt Echt? Ich glaube ja Ja Kann sein Der ist immer noch auf irgendwas gerutscht Der hin und her Ja Da Da Wer ist jetzt gewinnt? Noch ein? Ja Loll Gib mir doch noch mehr Scavs Habe ich jetzt irgendwie noch volle Magazine? Ah, die BP-Dinger mindestens Okay Okay Ballele 60er Ja Ja Okay, wo ist Tobis Zeug? Oder Tobi Hier Mann, ich hab keine Lust mehr Wo denn jetzt? Unten glaube ich Unten glaube ich Da So ist jetzt auch egal Ich geh mal ganz kurz hier rüber Ach, da war schade Ich dachte, ich könnte es da rüberschmeißen Achso, hier kann ich es Kannst du in die Ecke da Oder nicht falsch Ist egal, ich schmeiß das jetzt hier in die Ecke Auf den Rucksack siehst du das nicht Ach, komm Da läuft noch was Ah, ja Glas Unter mir Ich hab keine Lust mehr Muss was zu essen finden Das ist kein Problem Da kommt er Unten Rent Und springt Ich kann wieder unten nicht facken Was? Oh, 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 oh. Was ist das für ein Arsch, kein Essen, kein Trinken. Wo ist das Gap jetzt hin? Ach du hast 9 Minuten zum Abhauen noch ne? Ja ich weiß wo Keine Ahnung Der ist bestimmt von uns runter gelaufen War? Unter mir ja, glaube ich auch Der ist unter mir glaube ich Das war Tobi Aber wo ist der andere Gap hin? Wir spielen? Ja Ich würde vermuten dass er Extracted ist Weil du ihn ziemlich hart angeschossen hast Und da hinten unten die Treppe runter gehst Ist gleich der Extract für das Gap Ich bin gleich Wo hab ich meinen Rucksack hingeschmissen? Bei Tobi glaube ich. So kurz noch den zweiten Spieler, der kann vielleicht auch eine Greenflare dabei haben. Oh! Ja, da bin ich jetzt mega riesig bei dir. Ja, da bin ich mir. Es heißt nein. Nee, das heißt nicht. Ja, dann brenn ich. Ja, genau, noch ein Skepp. Ich muss mich alle verarschen. Und wir wollen sie töten. Alle. Kannst du die Doppel-U-Dolper? Ja. Damage in der Haus hast du. Hallo! Ich sehe nicht. Ich sehe nur noch Atta. Ich muss laufen. Ah, ich glaube. So, SR6. So spät wollten die da noch zu uns sein. Meine Güte. Wie kann etwas, das eigentlich, wenn man das jetzt so erzählt, gar nicht so stressig wäre, so stressig sein? Weil du sagst so, ja, ich habe da zwei Spieler getötet und dann kamen noch Scaves. Dann denkt man sich so, ja gut, easy. Junge, ist man immer direkt überfordert. Aber GG260er wird weg. Und das sind Beers. Das macht sich gut im Hideout. Schönes Ding. Ich bin noch lebend rausgekommen. Ich habe mich sterben sehen. Spätestens beim Scave, als es Klick gemacht hat beim Magazin. Da dachte ich, okay, jetzt ist der Punkt gekommen. Du hast die alle getötet. Jetzt muss der finale Shutdown kommen, wie sonst immer. Aber nicht passiert. Glück gehabt. Tschüss.